Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge Adam's Venture Origins. Wir sind Adam und hier geht's nicht weiter, weil ein Auto im Weg ist. Ich vermute mal, ich muss es wahrscheinlich reparieren oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich guck's mir mal an. Oh. Um das zu fixieren, brauche ich einen Wunsch. Okay, einen Schraubenschlüssel. Aber der läuft doch, was willst du denn? Hast du meinen Schraubenschlüssel? Toll. Ähm, okay. So, warum willst du unseren Professor besitzen? Well, es begann alles, als Adam einen secreten Raum gefunden hat, hinter Oxford, der uns an diesem Ort befindet. Anker, ja. Ist das nicht? Also, es sollte eine Verbindung zwischen Luz und dem Buch der Genesis sein. Vielleicht wird dieser Professor nicht mehr wissen. Oh, es ist immer so spannend. Ja, total spannend. Und ich muss das Auto reparieren. Ich muss wieder arbeiten und ihr guckt zu, oder was? Äh, was? Äh, äh, äh... Hä? Äh? Äh. 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 Kann man das... Moment. Neh. Aha. Gibt es noch andere Lösungen? So vielleicht? Okay, dann anscheinend so. Nein, so. Nein, so vielleicht. Na toll, die Wurst. Das hätten wir gefixt. Nee. Nein. Verdammt. Verdammt. Ja, viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Nein. Nein. Gibt es so eine? Nein, wahrscheinlich nicht. Hä? Hä? Jawohl. Merci, bien, monsieur. Ich werde jetzt mein Paket herstellen. Siehe, ich habe gesagt, das Problem war. Schön. Dann fahr mal weg. Uh. So. Muss ich jetzt Auto fahren, oder was? Nee, oder? Wahnsinn. Boah, ich muss Auto fahren. Yeah. Nee, muss ich nicht. Der fährt selber. Ä, ach du! Ich glaube, dieser Postman hat einen falschen Akzent. Können wir ihn vertrauen? Schön. Was für ein aufregendes Rätsel. Schnarch. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Hm, lassen wir uns mal überraschen. Relativ langer Ladebildschirm. Ah. Luz, Frankreich. Wir sind gekommen. Willkommen zur schönsten Stadt Luz. Knäht für ihre liebliche... Knäht für ihre... Ähm... Well, du kennst das, was ich meine. Wahrscheinlich nix schönes hier. Naja. Oh. Hallo. Hm. Hm. Okay. Schön. Na ja, so schlecht schaut es hier gar nicht aus. Wo müssen wir denn hin? Bringe das Paket zum Professor. Äh. Was ist das? Kann ich da was machen? Nein? Nein? Ich geh mal hier aufs... Hallo? Hä? Nee. Hä? Meine Ahnung. Gehen wir mal zur Tür. Scheiße. Gehen wir mal zur Tür. Hallo. Ich bin Adam... Ja, ja. Geh das Paket hier, Junge. Du bist zu late. Hm. Sehr freundlich, der Junge. Der grumpige alte Geyser hat mir nicht gehört. Er sagte, er will, seine Kratie zu dem Ruf. Na ja, ich habe es gerade aus dem Ruf. Also es ist Zeit für einen Ruf. Union-Ruhrs. Geräusch? Oh, egal. Lass uns den Kratie selbst selbst deliveren. Wir können noch etwas von diesem Professor lernen. Sicher, ich mag, wie verrückt sein. Aber okay, ich werde das stupide Kratie. Ähm, ein bisschen Hilfe hier? Der Kratie sieht ein bisschen zu schwer für mich. Aber du machst einen großen Job, Adam. Was? Du weißt, Evelyn, ich denke, du würdest einen Kratie-Fahrzeug machen. Äh, äh, okay. Oh, jetzt ist denk schwer, was denn da drin, ey. Äh, äh. Äh, so. Hallo, loslassen bitte. So. Fragile. Und rein mit dir. Äh, so. Huch. Äh, huch. Aha. Aha. Lass mich raten. Ich muss jetzt bestimmt hier irgendwas machen. Mh, war klar. Äh. Äh, was? Was? Hä? Was? 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 Plus zwölf? Plus acht? Plus drei? Reicht nicht. Wie viel müssen wir denn machen? Oh. Okay, das war zu viel. Na gut. Ähm. Plus zwölf. Plus acht? Ach nee, ich muss genau auf den. Minus fünf? Nein. Nein. Verdammt. Okay, das ist zu viel. Ähm. Was haben wir denn jetzt? Siebzehn? Und ich muss auf siebzehn? Und ich muss auf siebzehn? Ähm. Plus drei? Minus fünf? Plus drei? Minus fünf? Plus zwölf? Schön. Toll. Super. Was für eine Aufregung. Das war jetzt ein mega schweres Rätsel. Meine Güte. Die haben es ja echt in sich. Muss man ja auch noch Kopf rechnen. Das ist ja toll. Oops. At last, the final parts. Well, are you expecting a tip, boy? Get off my roof. Me? Get off your roof? I'm Adam Bencher. Danger trembles when it hears my name. I... Adam, shh. Um. My companion here is trying to say that we share your interest and lose. Do you? Why? What do you know? Hmm. I could... How about you fix the rest of my windmills? Then we'll talk. Was soll ich? Was? Let's just go along with it, Adam. Twirling windmills might cheer him up. You see, all men are like children. That's just not fair. I'll tell my dad, you said that. Right. Well, if you take this side, I'll go there. Oh, no. Oh, no, right? Do I need to work? That's not fair. That's not fair. Oh, no. Just once. Oh, no. 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 denn jetzt hier? Und wie viel brauchen wir? Ich hab's doch keine Ahnung. Ähm, plus zwei. Hä? Hä? Hier komm ich gar nicht rüber. Was? Wie komm ich denn auf die Seite rüber? Halt. Mach das doch mal aus. Ich will den Sturmkreis jetzt nicht so verb- Hä? Wo ist denn hier die Logik bitte? Versteh ich nicht. Null. Plus eins. Plus eins. Plus drei. Plus zwei. Plus zwei. Äh, 13. Ähm, 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 ähm. Ähm, boah. Seid ihr wahnsinnig? Minus zwei. Minus drei. Plus eins. Ist ja alles Minus. Nein. Also plus sieben. Plus fünf. Plus vier. Schwierig. Plus sieben. Plus drei. Ist ja alles Minus. 3 plus eins. Plus eins. Nein. Hä? Moment, jetzt haben wir 19, ne? 19. Minus drei. Jetzt geht aber nix mehr. Jetzt hab ich 16. Ah, verdammt. Okay, plus drei. Also minus eins. Minus drei. Minus zwei. Jetzt hab ich 19. Schwierig. Haha. Okay, minus zwei. Minus drei. Das ist ein elf, ne? Schwierig. 10. 13. 14. 13. 14. Scheiße. 11. Nein. Hä? Ach, Leute. Ich hab's mir leichter vorgestellt. Hahaha. Ähm, hallo? Wie kann ich die denn wieder ausmachen? Ach ja, so. Okay. Äh, plus sieben. Minus zwei. Minus drei. Minus eins. Zehn. Zehn. Ne, das geht auch nicht, ne? Plus drei. Eins. Jetzt sind minus... Nein. Verdammt. Huch. Ne, da komm ich auch nicht hin. Okay. Ähm, huch. Ähm, plus sieben. Wir könnten es auch anders machen, ne? Plus fünf. Nein. Minus drei. Plus eins. Jetzt hab ich doch 13. Was willst du denn? Nein. Mehrere Wege führen nach Rom. 14. 15. 14. 15. 14. 13. 13. 10. Geht auch nicht. Verdammt. Zehn. Acht. Ne, das geht nicht. Ach, verdammt, Leute. Hilfe. Minus zwei. Minus zwei. Minus zwei. Minus zwei. Plus sieben. Neun. Sieben. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Sieben. Sieben. Vier. Drei. Sechs. Sieben. Ne, geht auch nicht. Schwierig. Plus vier. Plus fünf. Minus zwei. Minus drei. Acht. Elf. Zwölf. Das könnte gehen. Zwölf. Elf. Nein. Nein. Neun. Neun. Ein. Ach. Vierzehn. Oh Gott, Leute. Das ist ja... Was für ein Kack. Nee, Leute. Es geht so nicht. Nein. Nein. Ich gehe jetzt einfach mal alles so durch. Das ist elf. Vierzehn. Nein. Oh. Zwölf. Aha. Nein. Zehn. Nein. Hilfe. Mami. Neun? Ich will nicht kopfrechnen. Ich habe keinen Bock dazu. Das ist doch ätzend. Nee. Willst du mich verkackalbern? Vierzehn. Zwölf. Neun. Neun. Acht. Elf. Nee, das geht nicht. Sechzehn. Vierzehn. Vierzehn. Das sind elf. Das sind zwölf. Das reicht nicht. Vierzehn. Elf. Neun. Nee, geht auch nicht. Elf. Zehn. Dreizehn. Vierzehn. Das geht auch nicht. Nee. Oh, nee, Leute. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ja. Ja. Ihr habt es bestimmt schon durchgerechnet, ne? Könnte ich wetten. Ihr habt es bestimmt schon alle durch. Das gibt es doch gar nicht. Vierzehn. Das sind siebzehn. Achtzehn. Moment mal. Achtzehn. Achtzehn. Siebzehn. Achtzehn. Nee, das geht auch nicht. Achtzehn. Fünfzehn. Nein. Dreizehn. Ich habe doch Dreizehn. Was willst du denn? Geht nicht. Was? Ach nee, habe ich nicht. Verdammt. Dierzehn. Neun. Das ist nur krank. Achtzehn. Sechzehn. Dreizehn. Vierzehn. Nein. Nein. Hier komme ich auch nicht mehr lang. Nein. Boah, ich hasse es. Wie die Hölle. Fünfzehn. Ich bin gerade am verzweifeln. Zwölf. Moment. Oh. Alter. Scheiß Dreck. Leute, ich hasse dieses Spiel. Moment, ich muss mal kurz husten. Das darf nicht wahr sein, ey. Was für ein Kackrätsel. Ey, wenn da jetzt noch mehr solche Kackrätsel kommen, dann... Alter, dann kriege ich die Krise. Kann ja wohl nie wahr sein, ey. Warum willst du diese Windmills fixiert? Für mein Experiment. Es wird eine Wunder der Invention sein. Du wirst sehen, du wirst sehen. Ja, ich hab's doch repariert. Was willst du denn? Und jetzt? Hallo? Ich hab's repariert. Huch. Hallo? Ich möchte gerne hoch. Jetzt komme ich wohl nicht mehr hoch, oder was? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Ich komme hier nicht mehr hoch. Was war denn der Käse? Was ist das hier? Hier kann ich nichts machen. Warte mal, vielleicht kann ich hier irgendwas machen. Ach, hier kann ich was machen. Ich muss mich nur etwas umsehen. Ist da irgendwas in der Kiste drin, was ich brauchen kann? Nein? Oh, ätzend. Okay, ich werde die Folge mal ein bisschen länger machen. Ne, da komme ich nicht hoch. Oh, schade. Ähm, ja. Bisschen umsehen. Hä? Ich komme hier ja gar nicht mehr weg. Was? Hä? Was? Geh mal weg, Professor. Geh weg. Ich seh mich um. Hier ist eine Schaufel. Kann ich was mit der Schaufel machen? Nein? Und hier komme ich nicht hoch. Okay. Hä? Willst du mich verarschen? Komme ich hier hoch? Nein. Hätte ja sein können. Wieso komme ich denn hier? Ne. Hä? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr runter. Ich komme hier gar nichts mehr. Kann ich hier runterfallen? Uah. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, ne? Kann ich hier noch irgendwas machen? Geh weg mit dem, Junge! Ja, was denn? Ich habe doch repariert. Verstehe ich nicht. Repariert die Windräder. Warte mal, hier ist... Hä? Moment. Da muss ich doch hochkommen. Das gibt es doch gar nicht. Hallo? Hallo? Geh doch mal da hoch. Sag mal. Hier ist... Nein. Hier? Nein. Willst du mich verkackalbern, oder was? Ich habe doch das Windrad jetzt repariert. Was willst du denn von mir jetzt noch? Das ist ja lustig. Ich kann hier nichts mehr machen, Leute. Ich bin jetzt ein bisschen hier... Hä? Ich sollte ein bisschen mehr schauen. Habe ich doch. Kann ich hier was machen? Nein. Kann ich. Hier komme ich auch nicht. Hey, Professor, helf mir doch mal. Was war denn der Kacke? Ich habe doch das Windrad jetzt repariert. Das kann nicht wahr sein, oder? Das ist ja wohl eine Megakack-Folge. Hallo? Warte, willst du mich jetzt... Wenn ich jetzt runterfalle, dann sterbe ich. Dann habe ich ein Problem. Hier gibt es doch nichts mehr. Nichts. Hier gibt es nichts mehr. Ich muss doch irgendwie runtern. Man muss doch irgendwie runterkommen. Das gibt es doch gar nicht. Hä? Was ist denn das für ein Kacke-Krampfe? Ich kotze gleich. Oh, Mann. Habe ich das? Ah, ich bin wieder beim Windrad. Oh Gott. Ha. Ah. Ah. Natürlich. Das ist ja... Was ist denn das für ein Käse? Da gehst du einmal zurück und kommst nicht mehr hin. Boah, Leute. Okay, ich entschuldige mich für mein schlechtes Rätsellös-Gen in mir. Ich bin echt sowas von mies und sowas. Boah, hätte ich das gewusst, dass das mit so viel Rätseln ist, ne? Dann hätte ich, glaube ich, das will erst gar nicht angefangen. Jetzt habe ich es angefangen. Jetzt muss ich es auch irgendwie zu Ende bringen. Okay, dann stellt euch immer auf lange Rätsel-Sessions ein. Ihr könnt ja miträtseln. Okay. Ich bin dann mal raus. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und, ähm, ja. Ich gehe jetzt ins Bett. Und, äh, gute Nacht. Tschüss.